Das schönste Weihnachtsgeschenk der Welt. Anna spaziert mit Oma über dem Weihnachtsbaum. Die vielen Boden mit glitzerndem Weihnachtsschmuck und dem Geruch von Bratäpfeln, Zucker und Zimt liebt sie über alles. Was es hier nicht alles zu sehen gibt. Sterne, Weihnachtsmänner, Engeln, Kugeln, Pflaumenmännchen, Musikanten und vieles mehr. Anna weiß nicht, wohin sie zuerst schauen soll. Von überall her erklingen Weihnachtslieder und auf einer Bühne wird ein Krippenspiel aufgeführt. Spannend ist das. Ein Weihnachtsmarkt kommt vorbei und schenkt ihr ein Liebbräu. An einem Spielzeugstand trifft Anna ihre Freunde Maria und Basti. Weihnachtsmarkt ist schön, sagt Anna. Freut ihr euch auch auf Heiligabend? Maria nickt. Und wie? Fast nicht mehr abwarten kann ich es. Ich habe mir ein Fahrrad gewünscht, eine neue Barbie-Puppe und Bittertücher. Ach, noch viel mehr steht auf meiner Wunschliste. Ich habe auch eine lange Wunschliste, sagt Basti. Weihnachten ist das schönste Fest im Jahr. Besonders, weil meine Oma aus Rumänien gekommen ist. Maria blickt zu Oma gegenüber, die sich Krippenfiguren anschaut. Acht Wochen wird sie hierbleiben. Ich freue mich so sehr. Toll! Bestimmt hat sie dir viele Geschäfte mitgebracht, meint Maria. Ja, erzähle. Auch Basti blickt Anna neugierig an. Anna aber schüttelt den Kopf. Oma hat nicht viel Geld, aber sie erzählt mir viele Geschichten. Außerdem backen wir gemeinsam Weihnachtsklätzchen, gehen Bummeln, basteln Christbaumsterne und Weihnachtsgeschenke und singen viele Lieder. Mit Oma habe ich immer mächtig viel Spaß. Nie wird mir langweilig. Das ist wunderbar. Oma spielt mit mir auch ganz oft. Mensch, ärgere dich nicht von Memory und Dominik. Anna strahlt und winkt zu Oma hinüber. Dann sagt sie leise. Sie ist das schönste Weihnachtsgeschenk der Welt. Und sie ist das schönste. Diese despräuner der Domnului Iisus. Ist frumos. Un moș Crăciun trece pe lângă ea und dă o turte dulce. La un stand de jucării îi întâlnește pe prietenii ei, Maria și Bastr. »Fiața de Crăciun este așa frumoasă«, spuse Ana. »Sunteți și voi, doi, lebritători, să vinde Crăciunul?« Maria aprobă. »Sie încă cum?« »Aproape nu mai pot aștepta. »Me-am dorit o bicicletă, o nouă popușă Barbie și cărți ilustrate. Oh, atât de multe lucruri nu mai sunt pe lista mea de dorințe. Și eu am o listă lungă«, spune Bastr. Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare a anului«, intervine Ana. »Mai ales pentru că a venit bunica mea de România. Maria o privește pe bunica Anai, care tocmai a admirat figurine de Crăciun. »Opt săptămâni va rămâne aici. Sunt atât de fericită. »Super! Ți-a dus sigur multe daruri«, spune Maria. »Chiar povestește-le«, o îndemnaște Bastr curios. Dar Ana clătinea din cameră. Bunica nu are mulți bani, dar ea îmi spune multe povești, facem împreună prăjituri de Crăciun, mergem la plimbare, modelăm stele, recătim cadouri de Crăciun și gătăm multe cântece. Bunica mă distrez mereu cel mai bine. Nu îmi plințesc niciodată. Este minunată. Bunica se joacă cu mine destul de des, nu te supăra frate, și memorii, și dominul. Ana radiază, fructurând cu mână spre bunica. Apoi șoptește. Este cel mai frumos cadou de Crăciun din lume. Aplausos. Aplausos. Vielen Dank.